Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist natürlich simpel und noch viel einfacher. Wir stellen Fragen. Timo, du sagst mit grün ja, mit rot nein. Wenn du nicht entscheiden kannst, schiebe so. Das würde ja heissen ja. Mit Timo Helbling hat der SCB die Serie schon längst entschieden. Ja. Der Mann sagt ja. Das ist natürlich ja. Was ist das? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Du wirst rumpeln, Klausel, oder? Du hättest gerne. Wir gehen mal davon aus. Ben zieht den Kopf aus der Schlinge. Ben kommt im Finale. Knapsenrot. Leichte Vorteile bei Zürich. Hellrot. Was glaubst du, Timo? Ja, ich habe das Gefühl, sie sind eins noch. Ich kann leider gerne mal sagen, der Helbling hat es auch gesehen. Ja. Und für einen Aufstieg mit Kloten würde Timo Helbling sogar den Meistertitel mit Bern herangeben. Ich spiele nicht. Ja. Stell dir vor, was da abging in Outen. Ein Aufstieg mit denen. Jetzt bist du wieder bei Outen. Du schnurrst den zu Outen einfach. Ja, es ist halt. Nein, aber das ist einfach die Romantik. Da hat die Weltkarriere angefangen. Ja. Also Timo, wenn ich Klote runtergehe, sieht man sie sicher nicht dort. Ich sage niemals nie in diesem Business. Ja, aber nein. Ich habe einen Vertrag für die Nazi A und ich habe eigentlich vor, in der Nazi A meine Karriere zu beenden. Und wenn du in der Nazi BV wirst, ist sie da? Darum plötzlich. Fährt jetzt. Der Hockey Week. Every Wednesday at 19 p.m. Only on SportalHD.com